So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wer aufgepasst hat, kennt das Video, was wir letztens hochgeladen haben. Ich wurde von MeinMMO erwähnt, top oder flop, ne? Da ging es um den Artikel, MeinMMO, ihr kennt MeinMMO, genau, so. Einen Artikel mit die fünf größten Pokémon GO YouTuber, ja? Ja, es gab so oft Leute, die dann geschrieben haben, boah Ramses, du bist einer der Besten und in den Top 5, krass, Glückwunsch. Die haben sich den Artikel gar nicht durchgelesen, die haben sich weder den Artikel durchgelesen, noch das Video angeschaut. Die wussten also gar nicht, um was es geht, egal. Die fünf größten YouTuber und dann im deutschsprachigen Bereich haben sie auch noch ein paar Leute genannt, die erwähnenswert wären. Vielleicht stande ich natürlich auch dabei, was ich sehr cool fand, hat mich auf jeden Fall ein bisschen geehrt. Dann gab es ein bisschen Hate in den Kommentaren, dass die Leute gesagt haben, ey, das ist voll der Opfer, der cheated, schreibt das bitte dazu in den Artikel. Dann wurde da noch ein Satz ergänzt, leider Gottes, jetzt bin ich ein böser Mensch. Und dadurch, dass es aber so viel Aufmerksamkeit erregt hat irgendwie und das so ein bisschen zwiegespalten war, die Leute, die sich gar nicht mit dem Kanal beschäftigen und mich gar nicht kennen und gar nichts über mich wissen, haben natürlich gehatet. Und die Leute, die regelmäßig einschalten oder mal neu reingucken, finden das Ganze ja eigentlich auch ganz gut, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen und für was. Ich glaube, was hatte ich aber schon. Jetzt hatte Noah die Idee, er hatte mich angeschrieben per E-Mail und gefragt, ob er, ob ich Lust hätte auf ein Interview. Damit ich eben mal, weil ich in den Kommentaren da auch mal ein paar Leuten geantwortet habe, habe da ein paar Ausführungen gemacht, er hat gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Interview. Gesagt, getan, damit wir den Leuten eben einfach mal zeigen, aha, so und so sieht es aus, haben wir ein Interview geführt. Noah hat mich angeschrieben, wir haben uns auf Discord dann getroffen. Am 18. März kam das dann online, das Interview war ein paar Tage vorher, er hat bei Discord angerufen, wir haben eine Stunde lang geredet. Also er hat Fragen gestellt immer, ich habe immer geantwortet und wer mich kennt, der weiß, ich schweife immer komplett ab, ich bin sehr detailliert, ich war total, ja, das und damals war hier und jenes und bam. Ich war richtig euphorisch, habe da erzählt und erzählt und erzählt, habe kein Ende gefunden. Ich habe meine Bildschirmaufnahme nebenbei auch laufen lassen, habe das ganze Gespräch auch mal aufgenommen. Er hat dann das Interview veröffentlicht, das Interview, Lesezeit drei Minuten, hat auch gesagt nach dem Interview, er hat jetzt das Ganze, die Stunde nimmt er, macht eine Abschrift davon und diese Abschrift packt er dann als kleinen Artikel da rein auf die Seite, also es ist natürlich stark gekürzt. Es ist ein bisschen eingegrenzt, es ist nicht die Zeit, eine Stunde lang niederzuschreiben. Deswegen wollte ich eigentlich diese eine Stunde von dem Interview uncut mit allen Aussagen, allen Themen und alles, was wir besprochen haben, exklusiv dann hier hochladen bei mir. Leider wollte das Noah nicht, er mochte nicht, dass man seine Stimme hört oder er im Internet ist, so irgendwie. Also habe ich das natürlich wieder gelöscht und uns bleibt nur noch dieser Artikel, der halt jetzt nicht so detailliert ist, aber trotzdem ist der Artikel ganz vernünftig, muss ich sagen. Und das passt, auch in mehreren Spoofer-Gruppen in WhatsApp, wo ich bin, haben die mir gesagt, ey, du bist ja bei einem MMO schon wieder, ey, finden wir richtig gut, Und da das Ganze irgendwie eher vom Positiven betrachtet wird und man sieht, dass Spoofer keine schlechten Menschen sind, automatisch, sondern dass man durch Spoofen ja auch einfach für sich selbst spielen kann Und das nicht nützt, nur um andere zu ärgern oder dass man durch Spoofen auch anderen helfen kann oder dass man da den Leuten auch was zurückgeben kann, dass, äh, ja, das mal nicht so negativ dargestellt wird, sondern irgendwie in ein gutes Licht auch gerückt wird. Trotzdem muss es nicht jeder gut finden, wisst mal, wen der ganze Artikel jetzt interessiert, der kann gerne mal in die Beschreibung gucken, da werde ich den Artikel mal verlinken. Das Bild, haben sich manche beschwert, oh, was haben die da für ein schreckliches Bild genommen, aber Noah hat mich gefragt, ob ich ein Bild hab. Äh, ich hab gesagt, ja, warte, ich schick dir eins, jetzt hab ich einfach aus irgendeiner Ramses Kitchen-Folge genau dieses Bild rausgeschnitten, hab ihm das geschickt, das ist also auf meinem eigenen Mist gewachsen, dass das Bild da drin ist. Ansonsten seht ihr hier natürlich Fragen, so kann geschummelt werden, mit wem haben wir gesprochen? Ramses, der Dicke, genau, er lädt täglich Videos und Livestreams zu Pokémon Go hoch, teilweise spielt er dafür richtig und schummelt nicht. Oftmals manipuliert er auch seinen Standard und kann dadurch Pokémon an anderen Orten fangen oder, warum wir das oft machen, dass wir eben von verschiedenen Standorten Raids hosten können. Gerade eben als eben diese kontinentalen Raids da waren mit Tauros, Kangama, gab's ja trotzdem nicht bei uns. Also sind wir dahin, wo es Kangama gab und haben die Leute immer zu den Raids eingeladen. Oder mit selbe Vesperitoboos hat das angefangen. Wie gesagt, das ist eigentlich der Hauptbestandteil, wenn wir, oder ich, wenn ich in den Streams spoofe. Meistens halt für solche Sachen oder um sowas zu hosten. Ansonsten, ja, sieht man ja täglich Videos, wo ich live vor Ort bin, an der Arena rumstehe, mein Zeug mache. Immer sehr ausführlich, auch Spezialforschungen. Ja, und nochmal dieser Spruch, lieber ein Spoover mit Herz als ein Legit ohne Charakter. Denn selbst als Legit-Spieler kann man einfach ein richtig ekliger Mensch sein, der anderen das Spiel versauen will und der andere mobbt im Spiel. Und das heißt nicht, nur weil man spooft, dass man deswegen böse ist und andere mobbt. Nein, du kannst auch ein Spoover sein, der anderen hilft und der einfach für sich spielt. Du kannst ein Legit sein, der einfach alles daran setzt, einen anderen die Hölle heiß zu machen. Den ständig aus Arenen kickt oder sonst was oder irgendwelchen Mist. Steht auf jeden Fall alles dabei, wie das angefangen hat, warum schummelt man, was ist das Problem mit Sheedern. Hat er kein schlechtes Gewissen, wie steht Pokémon Go zum Spoofen allgemein, was für Alternativen, sonst was. Hier steht das natürlich auch dabei, dass es ja diverse Apps auch gibt, wie Pokerade und so. Viele wissen das aber nicht. Selbst wenn wir diese Streams machen, wo wir Leute einladen, sagen wir immer dazu, ansonsten geht in die Raid-Gruppe. Wir haben Raid-Gruppen bereitgestellt, da könnt ihr euch zu Raids verabreden oder nutzt die App Pokerade oder wir weisen ja auch darauf hin. Wir sagen nicht, die einzigste Möglichkeit, Raids zu machen, ist, dass ihr euch von uns einladen lasst. Wir bieten das an, meistens so zum Ende, bevor die Raid-Bosse wieder verschwinden, wer dann noch gar keinen gemacht hat, noch keinen geschafft hat oder noch Bedarf hat, dass der sich dann noch absichern kann. Ansonsten verweisen wir immer wieder auf diverse Gruppen, wo geradet wird, wo man mitmachen kann, wo man selber hosten kann oder auch auf die App Pokerade. Und klar steht da, man muss nicht schummeln, man kann auch einfach über Fan-Raids Raids machen. Wenn aber natürlich jemand keinen Ort, keine Arena hat, dann kann der keinen dazu einladen. Wenn jemand keinen Raid findet, dann kann der nicht dazu einladen. Und dann braucht er auch erstmal Leute, die da mitmachen. Also viele sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, aber nicht jeder kennt die Möglichkeiten oder nicht jeder kann die trotzdem wirklich nutzen. Und wir nutzen ja auch im Prinzip nur diese Einlade-Funktion zum Fan-Raiden, dass wir eben die Leute einladen und die mit ihrem Fan-Raid-Pass den Raid spielen. Die haben also auch keine Gefahr, die können dadurch auch nicht gebannt werden, wer da mitmacht. Jetzt habe ich gesehen, das ist hier auf der MMO-Website direkt. Dann gibt es hier auch noch die... Oh. Dann gibt es hier auch noch... Ich finde das eh komisch. Hier, wenn man hier durchscrollen will, das ist plötzlich auf der rechten Seite. Wenn man hier durchscrollen will, hier ist es plötzlich auf der linken Seite. Das stört also nicht. Wenn ich aber trotzdem hier mir was angucken will, müsste ich das so machen. Dann ist das jetzt auch links und ich kann da durchscrollen. Ich möchte nur mal zeigen, hier auf der Mein-MMO-Facebook-Seite. Ja, da wurde das ja auch gepostet. Ich hatte da ein paar Kommentare gelesen und... Wenn man sich das mal anguckt, hier auch Zweiklassengesellschaft in einem Spiel, 300 Kilometer durch New York. Nur wenn ich von Spielen satt war und nichts Neues am Start war, also reing aus Langeweile. Für mich persönlich bringt das Cheaten keinen Spaß. Dann brauche ich kein Spielanfang. Ich habe manche Sachen kommentiert. Also, wenn es Cheaten macht keinen Spaß. Wenn ich nur durch Cheaten spielen kann, dann macht das keinen Spaß. Erinnert euch hier, ich erinnere mich an GTA 5, wo 90% der Spieler zu Beginn erstmal Cheats auspacken für unendlich Leben oder Munition. Und damit mehr Spaß haben am Spielen, als wenn sie alle 5 Minuten von der Polizei erschossen werden. Also es geht auch andersrum. Ich finde nicht, dass man einfach sagen kann, wenn man ohne Cheaten keinen Spaß hat, dann braucht man es nicht spielen. Es gibt so viele Spiele, wo die Leute einfach cheaten, um einfach mehr Spielspaß zu haben. Es gibt ja auch Cheats, die selbst von den Entwicklern auch bereitgestellt werden, dass ihr plötzlich einen riesen Kopf habt. Oder irgendwelche, ihr spielt plötzlich nackt oder sonst was. Das sind Cheats. Das beeinflusst das Spiel. Aber irgendwie bringt es euch mehr Spielspaß. Und ich finde nicht, dass wenn ich jetzt spoofe in Pokémon, ich plötzlich keinen Spaß mehr an dem Spiel habe. Das ist eigentlich Quatsch, deswegen. Es sind auf jeden Fall ein paar Kommentare und ich finde viele von den Sachen, die hier stehen, eigentlich sogar eher positiv als negativ. Auch Leute, die sagen, sie haben das auch mal probiert. Und einer sagt auch, dass das ja eigentlich gar nicht cheaten ist so richtig, weil man bastelt sicher keine Pokémon, die es nicht gibt. Man fängt die halt dann und sonst wie. Ich habe auch gesagt, da bringt man eigentlich auch eher eine Gleichheit ins Spiel rein, durchs Bufen so. Eider hat natürlich wieder gemeckert, dass die Community dumm ist. Aber ich bin stolz auf meine Community, muss ich sagen. Also dieser Satz, das Spiel nicht beherrschen und nur durch Cheats weiterkommen. Was hat das mit zu tun, dass man das Spiel nicht beherrscht, wenn man das Bufen trotzdem dann hauptsächlich auch nutzt, um anderen zu helfen? Ich beherrsche das Spiel nicht und deswegen lade ich andere dazu ein, Raids zu absolvieren, weil die keine Möglichkeit bei sich haben. Der Kollege hat sich sicherlich auch gar nicht mit der ganzen Thematik verfasst und so. Auch jemand, der sagt, das braucht er sich nicht durchlesen. Cheater sind Abschaum. Er will, dass die alle Analherpes bekommen. Aber ich denke mal, dass er selber oder seine Freunde bestimmt auch schon bei Pokémon Go gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen haben und weiß das gar nicht. Denn wie ihr wisst, alles ist verboten. Account Sharing ist verboten. Multi Accounting ist verboten. Bots, Maps, irgendwelche Dienste, wo irgendwelche Sachen geschickt werden, ist verboten. Hong damals hat einen zweiten Account gehabt. Der hat also gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic verstoßen. Der alte Opa mit seinem Fahrrad, der verstößt so offensichtlich gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic. Hong zusätzlich hat mit einer Map gespielt. Die sind mit dem Auto dann da hingefahren, haben das hunderte abgeholt, was da gesessen hat. Aber überhaupt das reine Benutzen der Map und die Map, die auch noch durch, die Map lebt ja nur von Spoofer-Accounts. Das sind ja Bots, die ihren Standort verändern, da rumlaufen, um diese Viecher zu finden, um die dann zu posten. Ohne Spoofer gäbe es also auch keine Maps. Es gäbe keinen gar nicht. Und viele Leute spielen mit Maps. Hayden dann aber, wenn jemand spooft. Das dürfen die gar nicht. Rein vom Logischen her. Selbst Julian Karlsruhe. Julian, unser Lieblings-YouTuber, der keinen YouTube mehr macht. Auch er hat mit Maps gespielt, hat Maps genutzt. Einfach so. Das war egal. Viele machen das. Und ich denke mal wirklich, dass, selbst wenn der Kollege jetzt einen Freund in der Gruppe hat, der einen zweiten Account hat, er ihm das nicht übel nimmt und sagt, boah, du hast einen zweiten Account, du miese Type, du. Aber hier habe ich eigentlich viele lustige Sachen gesehen noch in der Pokémon-Go-Deutsch-Gruppe, wo ich leider nicht kommentieren darf, warum auch immer. Wir haben doch alle schon mal gespooft, seid ehrlich. Oder ein Kollege sagt auch hier, ja, das ist egal. Der Opa, der hat ja für jedes Handy einen Account, also ist das okay. Aber ist es nicht. Du darfst pro Person nur einen Account haben. Und er zeigt ja offensichtlich, dass das alles Seins ist und er nicht für andere spielt. Sonst wäre das richtig heftig. Auch Kommentare, jeder soll machen, wie er will. Andere haben keinen Nachteil dadurch. Finde ich ja auch so. Dann kam zwar das mit PvP, dass Spoofer im PvP immer die klaren Vorteile haben, aber ein Spoofer, der zum Beispiel sich eine Hundertersammlung anlegt, der hat im PvP keinen Vorteil, weil die ja meistens ganz andere Werte brauchen. Und ich weiß gar nicht, kann man nach Werten suchen direkt, dass man sagt, ich suche ein Pokémon mit null Angriff und 13 und 14 und Dings und gebe das ein, ist mir eigentlich auch neu. Also meistens, man kann nach Prozenten suchen, aber die Prozente setzen sich ja, es gibt so viele Kombinationen, die die gleichen Prozente ergeben. Es waren trotzdem viele Sachen noch da. Auch Lara Tande, das hat mich auch irgendwie gefreut. Sie hat auch gesagt, 95% der Spoofer investieren richtig viel Kohle ins Spiel und lassen auch fremde Arenen in Ruhe. Genau. Also, und sie will nicht wissen, wie viele, die hier rumjammern, sich von Spoofern die Regionalen tauschen lassen. Das ist ja auch so. Die Leute meckern über Spoofer, aber fragen dann trotzdem, oh, du hast, du hast ein Pachirisu? Das hast du so gefangen mit Spoofen? Kannst du mir vielleicht auch eins fangen und mir tauschen? Können euch helfen, so. Können euch da, könnt ihr duckeln oder sonst was, keine Ahnung. Und dass die Spoofer halt trotzdem... Ach, Kollege hier, wieder Kollege. Durch die Fan-Raid-Pacer bekommt man selbst auf Dörfern einen Fünfer-Raid zusammen. Ja, wenn du aber nie, wenn keiner mitmacht, wenn keiner einlädt, sonst was. Wir laden ja gerade Dorfspiele eigen zu Raids. Durch die Fan-Raid-Pacer können die mitmachen, bei den Raids, die wir hosten zum Beispiel. Oder andere Sachen, also... Das geht nicht immer so, wie man denkt. Das sieht auf dem Blatt Papier gut aus. Und man sagt, es gibt die Möglichkeit, aber die Umsetzung ist immer wieder nochmal was ganz anderes. Ohne Spoofer wäre das Spiel sicher schon tot. In diesem Fall schummelt er zwar, aber er nutzt es nicht aus, um andere zu schaden. Genau. Ich finde, gerade jetzt, also es gab viele schöne Kommentare da, die ich richtig gut fand, die mir sehr geholfen haben. Hier auch nochmal dabei, jeder, der eine Map laufen hat, das sind auch Spoofer-Accounts, sonst was. Genau. Wenn, dann müsste man die ja auch an den Pranger stellen und sonst was. Spoofe? Sehr lange schon. Ohne Spoofen wäre ich nicht halb so weit und andere Spieler bekommen keinen Nachteil. Ist kein Pay-to-Win. Also ich verstehe null, warum sich Leute über Spoofer aufregen. Genau. Sonst was. Da kommt immer wieder aber dieser Fakt, durch Spoofer haben einen Vorteil, weil die sich Arenen irgendwo am Arsch der Welt suchen und sich da reinsetzen und ich weiß es nicht. Ich sage trotzdem, wenn ich ein Spoofer bin, ein Spoofer? Genau. Ich muss eigentlich immer nur Lara zitieren hier. Spiel lieber Tetris. Fakt ist, wer Spoof gibt mehr Geld aus. Denkst du ernsthaft, da setzt man sich groß in Arenen oder will Zeit damit verschwenden, Arenen platt zu machen? Klar gibt es Leute, die das für was Böses nutzen. Oder die halt einfach nur anderen schaden. Wie gesagt, so oft. Aber die richtigen Hardcore-Spoofer, Hardcore-Spieler, die spoofen dann, um eben die Möglichkeit zu haben, wie die Ledget-Hardcore-Spieler viel zu machen. Bevor die sich jetzt da in die Arena setzen, um dann am nächsten Tag 50 Cent zu bekommen, hüpfen die lieber von Raid zu Raid zu Raid zu Raid und geben hunderte Euros aus. Und wenn die so viel ausgeben, da können die auf diese 50 Cent am Tag verzichten. Also das ist wirklich jetzt nicht, das hält sich nicht die Waage, dass diese 50 Cent, diese 50 Münzen, das ist in meinen Augen einfach nur nichts. Das ist für mich einfach kein Argument mehr. Das ist einfach Quatsch. Oder hier, ja der Typ ist Kult. Also es waren viele Namen dabei, die mir eigentlich richtig gut gefallen haben. Hier, lass die Spieler spoofen, zack. und Russell Crowe spielt Pokémon Go. Fand ich auch irgendwie ganz witzig. Deswegen sieht das aus wie Russell Crowe, ja. Wie gesagt, ich werde euch den Artikel mal drunter verlinken. Ich habe ja viele Kommentare gehabt oder dem Video dann oder um die ganze Sache. Ich kenne ja eigentlich die meisten von euch, aber es sind immer mal wieder neue Leute da, die nicht wissen, was ist Spoofen oder warum spoofst du oder sonst was. Lest euch den Artikel halt in Ruhe durch. Da wird nochmal darüber geschrieben, geredet und meinetwegen gebt eure Meinung nochmal dazu ab, wer von euch spooft, wer von euch spooft nicht, wer hat mal gespooft, spooft jetzt nicht mehr oder wer würde gern spoofen, aber traut sich nicht oder mir kommt es eh so vor, dass die meisten Leute es trotzdem schon probiert haben oder aktiv betreiben und deswegen denke ich auch, wenn alle Spoofer gesperrt wären, dann wäre so eine große Anzahl von Spielern einfach weg, dass die App irgendwie wirklich aussterben würde, weil andere halt nicht so aktiv spielen, wenn die nicht viel haben und die, die einfach aktiv spielen können und spoofen dahin, ich glaube die, so doof es klingt, bringen dem Spiel dann einfach auch mehr, weil die einfach mehr machen können und auch mehr Umsätze bescheren. Aber die Leute sagen, nein, Spoofer bringen kein Geld, sondern Hardcore-Spieler. Ja, aber durch Spoofen haben die Leute die Möglichkeit überhaupt erst Hardcore zu spielen. So, das jetzt also nochmal dazu, dass dieser Artikel, der dann ein bisschen so zwiegespaltene Meinungen erbracht hat in den Köpfen der Leute dazu geführt hat, dass wir jetzt ein Interview gemacht haben und das Interview jetzt eben da online kam und ihr euch das durchlesen könnt und im Endeffekt ist es alles ja trotzdem nochmal Werbung und Promo. Ich bedanke mich nochmal beim Noah ist natürlich gekürzt. Es wäre für mich immer noch richtig cool gewesen, wenn ich Uncut das komplette einstündige Interview hoch hätte laden können. Theoretisch hat man ja nur mich gesehen, wie jetzt auch, wie ich da sitze und die ganze Zeit mit ihm rede. Ihr seht ihn ja nicht. Ihr habt nur seine Stimme gehört, wenn er zwischendurch mal eine Frage gestellt hat. Trotzdem, das werde ich auch mal hier noch so hochhauen. Das ist ja hoffentlich mein gutes Recht und danke an mein MMO. Hong hat ja damals auch immer da vom Noah erzählt und so, jetzt bin ich der Hong. Ich verstoße auch gegen die Nutzungsbedingungen. Hong hat das auch gemacht, mehrfach, gleichzeitig. Also, schiebt nicht so eine Doppelmoral. Entweder sagt, alles ist verboten oder sagt, alles ist erlaubt. Aber sagt nicht, da und da und da gucken wir weg und akzeptieren das. Aber bei dieser einen Sache, da haben wir kein Verständnis für. Nee, dann bitte Gleichheit für alle. Sagt nicht, Mord ist schlimmer als Vergewaltigung. Sagt, es ist beides scheiße. Und wir wollen beides nicht. Ja? Das ist ein komisches Ende, aber damit beende ich trotzdem jetzt das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses.